Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin es wieder für euch, der Laden Koscher. Und heute gibt es den Teil 2 von diesem Spiel. Und zwar müsst ihr hier, also ich habe hier drei Tassen und hier drei Tic-Tac-Sorten. Die Tic-Tac-Sorten tue ich da so unter und dann mache ich die Tassen, so wie gerade. Und dann müsst ihr rausfinden, zum Beispiel wie bei dieser Runde jetzt, diese Tic-Tacs, wo die in der Tasse sind. Und ich würde sagen, wir fangen einmal an. Hier sind die Orangen und hier in der Mitte ist der Gesuchte, also der Weißen. Und hier am Ende sind die Blaue. Und ich mische. Habt ihr sie noch im Auge oder die in der Tasse? Und ich löse auf. In Nummer 1 ist der Richtige. Gleiche Nummer 1 ist der Richtige. Und das gibt es sicher. In Nummer 2 ist dann der Blaue. Und in Nummer 3 der Orange. So, dann geht es weiter zur nächsten Runde. Und zwar mit dem Orangen. Der sieht so aus. Und der ist hier im Letzten. Hier sind die Weißen, die Blauen und die Orangen. So, und dann mische ich los. Und dann mische ich los. Habt ihr ihn noch im Auge? Ich löse auf. Nummer 1 ist... Oh, schon wieder der Richtige Nummer 1. Ist ja witzig. Nummer 2 ist dann der... Schon wieder der Blaue. Und Nummer 3 ist dann der Weiße. Fast wie eben. Also, ja, eigentlich ist nur der Blaue wie eben. Naja, und dann die letzte Runde mit dem Blauen, wo wir gerade drüber reden. So, in der ersten ist der Orangige, zwei ist Blaue, also der Richtige. Und drei ist Weiße. Dann lege ich mal los. Und ratsche ich. Habt ihr ihn noch im Auge? Ja. Und ich löse auf. Nummer 1, zwei, drei. In der Nummer 1 ist der Orangen. Nummer 2 ist der Weiße. Und dann ist das Richtige in Nummer 3. Wenn ihr alle drei richtig hattet, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr die nicht richtig hattet, schreibt es mir auch in die Kommentare. Also, das ist übrigens der Part 2, habe ich, glaube ich, am Anfang schon gesagt. Dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.